servus leute gehört ihr wieder hier runde 2 mit artrocks habe mir so belegt macht mit jedem champion so drei runden um den aber ein bisschen genauer kennenzulernen weil eine runde reicht glaube ich nicht aus um zu sagen und wahrscheinlich auch nicht wahrscheinlich erst so 300 runden 3000 runden vor ein paar runden mit meinen freunden gespielt da spiele ich natürlich das worauf ich bock habe und was ich so ein bisschen kann sowohl die bär wo wick jungle hauptsächlich dann eher support ab und an mitte je nachdem was frei ist wie viele leute klasse und hier sind wir wieder gegen mordekaiser mordekaisers ulti ekelhaft früher wurde hier champions gekälderten die dann für ihn gekämpft haben das war noch cool woher zieht er sich in seine dimension und dann ist rum kann es nicht fliehen kriegt er glaube ich noch irgendein schild oder so nicht cool echo mag ich auch nicht wegen und die weiger spiele ich selbst ganz gerne mal wegen ulti bim durch die ganze map entweder hiel oder tot ich wundere mich dann immer wieder aus der base kommen und ich irgendeinen die mini fresse kriegen die so was war das warum habe ich denn mit gekriegt das ist wirklich so das einzige was überhaupt nicht beherrscht ad carry da tue ich mir so schwer mit farmen und töten musst du da auf deine positionierung achten wo du stehst meistens stehe ich falsch so was haben wir denn hier so aha interessant aber wir haben jene auf unserer seite ich habe damit gerechnet in der championalswahl wo jene nicht gebannt wurde weil die ist manchmal so eine kleine geeinwerfer wenn er gefeated wird wenn nicht dann dauert es halt ein bisschen länger bis er geld zusammenkriegt oh ich sehe gerade ich spiele hier gegen nur nicht alle wir haben hier kot nein never mind legen wir mal wieder los so abfahrt mhm mhm die panne dort hat gekauft das klar ja ich war ein e-bloor klar er wird das licht auslöschen er labert aber viele erdrucks na wo sind die minions da kommen sie set ist eigentlich gut die ist gut äh soraka auch ash eigentlich auch mhm äh geber auf die lady guck mal was passiert oi sorry mhm 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 oh mein gott oh mein gott guck wie lang es dauert bis ich die erste keule in die fresse krieg Da krieg ich schon wieder Zustände. Nein. Ja. Nimm nicht ein 8. Oh. Oh. Tanki wie Schwein. Heiltrank halt dabei. Fuck. Du Dreck. Oh shit. Zu lang gewartet. Ja das ist auch so eine Fähigkeit die ich so gar nicht brauche eigentlich. Dann warten wir mal schnell. Damit wir am wenigsten sehen wann wir sterben. Durch Echo. So. Das ist ja schon wieder. Ekelhaft. Hey. Nein. Nein. Oh Gott. Ich hab das in die falsche Richtung gemacht. Nein. Geh weg. Alter. Warum macht er so viel Schaden. Alter. Kann schon in die Base gehen. Äh. Komm. Gib mir nochmal so ein paar Münzen. Please. Danke. Dann nutzen wir gleich mal Delivered. To greedy. Ja das kennen wir doch alle ne. Endet euch. An das letzte Video. Bier trinken. Gibt nichts Schlimmeres. Yeah. Dreier Combo für einen Minion. Stark. Hier geben sich wieder alle die Schuld. Furchtbar. Ja was was genau macht das? Ich stehe auf den Boden. Ähm. Ach so. Ja. Jaja klar. Hm. Nevermind. Bussack. Ja. Flash dich nur. Hm. Hm. Wau. 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 So ein großes Schwert, das hat schon was. Da spiele ich meist auch in den RPGs. So einen dicken Zweihänder. Da sehe ich mich. So ein Krieger hat doch immer was Beruhigendes. So ein Wort schon ausgelaufen. Das geht aber so schnell hier. Nummer 2. Nice. Ich brauche die Kohle. Minions fahren, immer Minions fahren. Jetzt haben wir einen schönen Dance Move. Bisschen Metal hier. Hardcore und Mittel, das weiß ich. Mach mal nicht. Hat der Jee Bock? Hat der Bock? Ja, hat er. Scheiße. Alles klar, Jee. Sehe ich uns. Gehe ich nochmal basen, weil dieser doch richtig erfolgreich war. Kaufen wir uns nochmal ein Zündjuwel. Jetzt haben wir uns redlich verdient, nach diesem glorreichen Kill. Wie sieht es hier so aus? Wir lassen sich ein bisschen pushen. Na ja, muss ja nicht verkehrt sein. Oh, der Weikert hat schon 2 für 6. Seine Good Set auch. Top ist Miss. Ich habe manchmal so ein bisschen Bock, junglen zu gehen. Es reizt mich immer wieder. Ey, mach mal Golems. Mit Shogart oder so würde ich das tun. Aber nicht mit Arthrox. Boah, es sind ja nicht so viele Minions. Nein, 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 nein. Den haben. Das war es mir wert. Boah. Alle Minions gekillt. Da sehe ich mich. Stark. So. Nee, 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 nee. Wir haben gelernt, lieber Mordekaiser. Stimmt, hat der jetzt Ulti? Ah, ah. Ich hätte auch meinen Ulti machen können. Was mag ich denn, wenn der Ulti macht? Nein. Nein, wir haben gleich viel Farben. Ich habe vorhin ja noch einen Halt eingekauft. Ha, ha. Stimmt, wenn man so Rackerl im Team. Könnte hilfreich sein. Der könnte mich doch eigentlich ziehen, während ich mein Zeug hier mache. Der ruptet mich doch damit gar nicht. Da wollen wir mal. Mit dem Pinky. Ah. Verpiss dich. Das war mir klar. Scheiß Ulti. Ehrlich. Da kriege ich immer die Krise. Fuck. Ach, stimmt. Jetzt muss ich alles noch Fetch zusammenbauen oder sowas. Ey, was ist denn der Hammer? Okay. Und als nächstes Ninja-Tubbies. Digga. Digga. Mach das mal nicht. Oh. Ah. Zack. Mach es eigentlich irgendwie Schaden. Aber... Lass mich in Ruhe. Wo ist denn der? Der könnte mir echt mal helfen. Alter, was hat das Langkuder? Eck. Mich fett. Er hat bestimmt gleich wieder Ulti ready oder so. Nein. Ich weiß, was du mich schlagen willst. Gibt es aber nicht. Ulti wäre auch noch eine Maßnahme von mir. Oder hat der Seins wahrscheinlich auch schon der ready? Den Movepool von Arthrox finde ich ja echt geil. Also den Movepool von Arthrox finde ich ja echt geil. Eko nicht heute da habe ich meine Rache gecrasht hier ja der Bindelblick als die Kamera das kriege ich noch hin ok der gestorben 1 1 1 da gehen wir mal wieder auf die Leine kauft er sich denn AP hauptsächlich und ich kauf mir Rüstung Premium nein Mordekaiser bitte nicht aber gegen das Ulti kann ich echt nichts machen mit schlicht mein oh ganz ruhig bleiben ich muss poken ich muss immer poken haa ich habe heute gesehen dass von Gothic 1 irgendwie so ein Teaser kam eine Demo wo es komplett wie Marcel wo es richtig geil aussieht ich habe es mir aber noch nicht genau angesehen mach mal nicht kleiner Mordekaiser der fahrt besser als ich sehr belastend nein 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 das 13 ja wir sind eigentlich gut aufgestellt so Gigi schreibt schon die ersten Gigi muss tankiger werden damit Damage machen nein da war der so rakahil das sieht doch ganz gut aus ba 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 nein ich will nicht gegen dich kämmen oh shit ja das war ich total dumm aber das macht nix weil ist das unser er mann wir haben schon zwei drakes habe vier drakes siebzig seele in dem fall die meeresdran seele mein persönlicher Favorit boah shit das war dumm hm fuck er wird tankiger als ich das ist belastend das war voll der abheeler ne nicht mehr ich Magikas kaufen will ich hätte reagieren müssen hab ich aber nicht belastend 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 der fickt mein tower und ich krieg's nicht hin komm schon Gattery das kriegst du doch besser hin das weißt du wenn ich teleport jetzt weit habe ich nicht mehr dank glaub ich nicht mehr mit ihm? Hat er irgendein Problem? Dummes Arschloch. Er wird sein Ulti gar nicht benutzen. Hm, okay. Oh, shit. Wow, 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 der hat Bock. Uh. Nee, 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 nee. Dann machen wir noch eine Tower hier. Das war doch eine gute Aktion. Feier ich. Ja, gehen wir mal besen, glaube ich. Jetzt, wo wir hier durch sind. Hm? Wozu brauchen die denn Hilfe? Nee, verstehe ich nicht. Läuft doch bei denen. Äh, Schwarzbein. Da brauchen wir doch mal Leben, ne? Leben. Gutes, gutes Leben. Boah, ein bisschen. Ja, äh, doch, Ulti. Cool. Ich hab einen Rotz da zusammen gekauft. Ich hab noch nichts fertig. Noch gar nix. Und mein Pinkie steht noch da. Und mein Pinkie steht noch da. Dann gehen wir doch mal Mitte. Oh. Na komm her. Dann pushen wir weiter Top Lane. Ich hätt echt gern mehr hier so mehr Teamfight zu. Weil. Teamspiel, Teamfight. Hätt, hätte fast 10 gemacht. Jetzt kommt bestimmt einer. Zack, zack, zack. Anklussgeschwindigkeit ist nicht so geil. Ja, guck. Ich hab's doch gesagt. Der Yi, der rasiert hier wieder komplett durch. Wie, was hat denn der? 3, 10, 3. 3, 10, 3. Da. Oh, fuck. Scheiße. Ich hab's echt, ich hab's echt gut gemeint. Ah, ihr kriegt ihn ja. Oh, bald haben wir unser erstes Item fertig. Jetzt hab ich aufgeriechen. Und dann hast du da so einen Mordekaiser, der Top einfach durchpuscht. Weil der Kurt einfach an den Lane vernachlässigt hat. My bad. Ich geh da hin. Und tu Buße. Ich wollte halt ein bisschen tanky sein. Und ein bisschen Leben haben. Und ein bisschen Damage machen. Ich wollte wieder alles auf einmal. Ah, ja. Wie viel Damage der macht. Folge dem Licht. Folge dem Licht. Ja. Alle sind so legendär, ne? Was habt ihr denn da unten? Euch geht's doch gut. Hingere... Alter. War das ein Experiment? Ich glaub's schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Da helfen wir doch mal aus in der Mitte. Ich glaube schon. Oh, shit. Nein, 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 nein. Shit. Killed ihn. Ja. Ja, die Jinx. Die kann ja Geeks machen jetzt. Da kommt der hier. Hi, alter. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Alles so. Ahaha. Gewindert. Und ich hab mein erstes Geeksstand fertig. Ja. Nach 23 Minuten. Geht's. Oh, oh. Oh, oh. Na ja, hat die noch mitgenommen. Sie. Entschuldigung. Ja. Ich denk's wird, man zahlt sich so ein bisschen zu beteiligen am Spiel. Weil jetzt machen wir glaube ich auch ein bisschen Damage. Als nächstes mal mir Geistessicht fertig. Wird mal ein bisschen Magic Res haben. Drake fehlt noch eine. 1, 2, 3. Okay. Ei, 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 ja. Gut, ich hab mal auf, wenn es ist. So. Okay, der ist raus. Uh oh. So, uh-huh. So, uh-huh. Gut, das war dann eine weitere Runde. Cool. Ja, da haben die S gekriegt. Sieht das hier damage-technisch aus. Das würde ich gerne mal sehen. Oh Gott. Ich gehe mich mal vergraben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und macht's gut, Leute. Tschüss.